100% Rock. Non-Stop. Rock-Antenne. Danke, ihr seid so gut zu mir. Ich habe deswegen auch meine Blockflöte mitgebracht und spiele jetzt ACDC auf der Blockflöte. Nein, das erspare ich euch. Wir haben uns ja alle schon gesehen, insofern an dieser Stelle trotzdem nochmal ganz offiziell herzlich willkommen bei Rock-Antenne zu unserem kleinen, feinen, nicht ganz akustischen Set. Ist ja auch schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Edgai mit einer Akustik-Gitarre wäre schlecht, so muss es sein. Insofern, ich hoffe, ihr habt gute Ohren. Es wird etwas lauter, so wie es sein soll. Die Jungs freuen sich sehr, heute hier zu sein und wir haben es ja auch oben schon besprochen. Sie sind extra für uns, für euch, heute hergekommen, um ihr neues Album zu promoten, Tinnitus Sanctus. Und was mich gerade sehr, ja, ja, ja. Wir wollten das Album Tinnitus Sanctus unterstützen, haben deswegen extra hat die Eisprinzessin ihre kleinen Boxen mitgebracht. Das Album ab nächster Woche, ab Freitag im Handel und mein Exemplar kann ich nicht hergeben. Sogar die Band hat es noch nicht. Wir haben es uns gerade angeschaut, so, hey, du hast das neue Album, zeig mal her. Ja. Insofern, ich halte mein Album fest. Sie spielen fünf Stücke, wird so ungefähr eine halbe Stunde dauern. Danach laufen sie natürlich nicht gleich weg, sondern wollen auch mit euch natürlich ein bisschen Kontakt haben. Sie geben Autogramme, wir können Fotos machen. Solltet ihr Handys dabei haben, würde ich euch bitten, die auszuschalten. Ihr könnt jetzt auch Fotos machen. Die Eisprinzessin, die eigentlich Christian heißt und auch Rosi, werden das Konzert filmen. Wir werden es dann, so denke ich, ab spätestens Anfang, Mitte nächster Woche im Internet haben. Ich hoffe, ihr gebt mir alle euer Einverständnis, dass wir euch filmen dürfen. Ja. Danke. Hätte jetzt einer Nein gesagt, hätte er sich das Konzert anhören müssen von draußen. Insofern, seid ihr bereit? Ja. Das war zu leise. Ja. Für EdGuy Live at Rock Antenne, herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Habt ihr Spaß? Ja. Jetzt schon? Na, also wir sind hier, wir machen sowas ja natürlich nicht so oft. Wir sind heute hergekommen, um ja eigentlich fürs Radio was aufzunehmen, aber ihr werdet jetzt zuschauen und es wird dann nächste Woche, hat er das jetzt schon gesagt? Es wird von nächster Woche Freitag jeden Tag um 18 Uhr, glaube ich, 18 Uhr und 22 Uhr bis Mitte Januar gesendet, ne? Ja, ja. Okay, dann, wir spielen einfach, also wir spielen jetzt kein komplettes Konzert, Pyrus haben wir auch nur sehr wenige dabei. Und wenn die Kollegen hier fertig sind, fangen wir einfach mal an mit einem neuen Stück, wir spielen ein neues Stück heute, das habt ihr vielleicht schon irgendwie im Internet gesehen, Ministry of Saints vom neuen Album. Damit fangen wir doch an, oder? Ja, Felix. 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 Hofmann. Und wenn die L личen ist,einig hat schon weinen, dass hoch nie wird, ein gowner Würmer muss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020